JOLO LEUTE WAS GEHT JOLO LEUTE WAS GEHT SO EIN NEUEN VIDEO AUF MEI KENNAD Ich zeige euch jetzt die Premiere von meinem nächsten Song Ich weiß nicht als lange hätte es gedauert Aber ich habe... Wie schon gesagt Tschülle bei den Sackjab Noch mal den Beat neu machen müssen Heute habe ich ihn aufgenommen Morgen werde er rausgeballert mit Musikvideos Heute gebe ich euch noch eine kleine Schmerzgrube Weil es leider so leise, dass man ihn nur mit Ding hören kann mit Kopfhörer Ich weiß nicht Ob er so leise ist, da sollte er mir in die Kommentare ballern Dann nehme ich ihn morgen noch mal auf Wenn nicht, dann Nichts Let's go Ich kann endlich wieder fly Fly Let's go Mit 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 Ich weiß nicht was anderes, ich glaube ich ziemlich viel Autopien als letztes nicht so viel, ich glaube das nicht so macht man in seiner Ehe. Zumindest nicht muss anders, aber es hat ja auch CT, es hat ja auch, jetzt hat man halt Let's Barclay und CT5 gemacht, glaube ich. Ich glaube, letztes Mal, ich glaube ich jetzt daran, glaube ich jetzt zu befinden und letztes Mal und ich will dies gemacht, weil bei Marek ist ein neuer Song, der hat auch zu befinden und der hat auch anders geklungen. Ich werde das Bild von mir nicht nochmal neu aufnehmen, nein, den werde ich nicht nochmal neu aufnehmen, außer wenn er wirklich ihr sagt, ja es ist nicht gut, die Qualität ist nicht gut, dann mache ich es natürlich schön. Okay, weil ich habe nicht das, was ich am Handy hatte, dieses Diktiergerät, das ist scheiße, aber dieses eine Diktiergerät da, was ich bei meiner Oma habe, am Tablet, da habe ich den Lied aufgemommen, das ist sehr laut. Gut, dann werden wir das runter, jetzt hören wir weiter. Okay, der zweite Diktiergerät, ich trage deine Namen auf der Halle, okay, geile Message, Schwert Allah, bitte, 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 bitte. Was ist denn, ob du die Typierisch in die Erhelfung von deinem Zeichen hast oder deinem Zeichen, egal? Die Dunkelheit macht, als die Farben, der zu grau. Du bist das Licht, das dunkel erhält, das man erst einmal... Und wenn du diese All einmal so hell mit Autofüllen und dann gleich mal wieder so agressivistisch bist, ist es wirklich monstensfrei geworden? Wenn du eines Langtunnels erkennt, auch wenn dich meine Krise enttäuscht, bleib ich da an deiner Seite, wenn der Biet nicht mehr läuft. Okay, finde ich jetzt schade, dass es wie gekürzt ist, ich hätte gern gehabt, vielleicht noch, dass es ein Outlook gibt. Ich finde einfach die Huxo, die Parten gehen, aber ich finde einfach diesen Song so geil, weil die Huxo geil ist. Und ich finde mal seine Stimme ist auch mit diesem Outlook viel angenehmer geworden, also die Stimme ist wirklich anders, ich finde es einfach nur geil, ich finde es einfach nur, 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 nur geil, einfach nur geil. Huxo geil, ich hätte halt gern gehabt, dass er eher mal den Part gesungen hätte und nicht gerappt hätte, aber okay, hat er halt gemacht, aber das Song hat mich mit Huxo einfach geil, wenn die Huxo nicht wäre, wäre es nicht so geil, aber wenn Outlook jetzt auch nicht wäre, dann wäre bei 30 und dann die Huxo, also halt halt noch mal Burj und dann die Huxo noch mal im Outlook, das wäre richtig geil. Das war's für mich, das war's für mich.